Hallo liebe Zajak-Fans, liebe YouTube-Gemeinde, heute geht es mal um eine sehr, sehr schöne Schlange, um die Milchschlange. Um die Milchschlange oder Dreiecksnatter kann man auch sagen. Man sieht schon, besticht durch ihre sehr, sehr schöne Farben, dieses Rot, Schwarz, Weiß, Schwarz, zieht sich über den ganzen Körper und das verändert die auch nicht im Alter. Also die bleibt immer eine sehr, sehr, sehr schöne, sehr farbenprächtige Schlange. Vorteil ist, wird nicht so groß, die wird nur so 80 Zentimeter bis 1,20 Meter etwa, ist sehr, sehr friedlich dabei. Ist jetzt ein bisschen aufgeregt, ein bisschen hektisch vielleicht, aber eigentlich sind die total entspannt. Also perfekt eigentlich für Einsteiger in die Terraristik. Die Beckengröße ist auch recht moderat, die kommen also, wenn die ausgewachsen sind, mit so 1,20 x 60 x 60 großen Terrarium aus. Wenn die natürlich noch so klein sind, wie jetzt unser Freund hier, würde ich erstmal so ein 80, 40, 50 empfehlen. Das reicht dann so etwa für ein Jahr bis anderthalb und dann können die umziehen. Haltungsvariante ist eher trocken. Da die Tiere aus Mexiko kommen, sind die halt relativ trockene Gegenden gewöhnt, so Halbwüsten bis Wüsten. Das heißt im Endeffekt, brauche ich einen Sand, Lehm, erdhaltigen Boden. So Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 60 Prozent reichen der völlig aus. Punktuell darf ich eine Temperatur von 34, 35 Grad auf jeden Fall erreichen oder muss ich erreichen. An den kühleren Stellen im Terrarium sollte es allerdings nur so 24, 25 Grad sein. Also auch vom Klima her nicht sehr schwierig zu erzeugen. Die Ernährung ist auch relativ einfach. Die fressen alles an Wirbeltieren, Vögel, Mäuschen, Ratten, je nachdem, welche Größe. Natürlich entsprechend angepasst man denen anbietet. Fressen allerdings auch und da muss man dann halt ein bisschen aufpassen. Fressen, Reptilien oder auch im Zweifelsfall andere Schlangen. Also vergesellschaften, besser nicht. Eine Winterruhe sollte man auf jeden Fall einhalten. Irgendwo, ich sag mal, Oktober, November fängt man damit an. Dann macht man die so zwei bis drei Monate und danach kann man die Tiere dann auch verpaaren. Also es ist auf jeden Fall zwingend erforderlich, wenn man denn züchten möchte, dass man eine Winterruhe einhält. Weil sonst kommen die Tiere einfach nicht in Paarungsstimmung. Nach der Paarung ist es sehr stark abhängig auch vom Alter und wie oft die Tiere in Gelege gelegt haben, legen die Tiere dann zwei bis 15, 17 Eier ab, die man, wenn man denn die auch zum Schlüpfen bringen möchte, am besten inkubiert. Dazu stellt man den Inkubator so auf 30 Grad und wartet dann etwa 50 Tage um den Dreh. Wenn die Kleinen dann schlüpfen, fängt das Ganze von vorne an. Dann kommt es wieder in ein kleines Becken und später mal in ein Größeres natürlich. Interessant an der Färbung ist vielleicht noch, dass sie so ein bisschen natürlich durch diese wahnsinnig auffällige Färbung versucht, giftige Tiere zu imitieren und dadurch halt etwaige Fressfeinde davon abhält, sie anzugreifen oder zu verletzen, weil die Tiere halt denken, dass sie eventuell gefährlich ist durch diese auffällige Färbung. Das ist also quasi ein Faker, wenn man so möchte. Also die sind halt ganz, ganz friedlich, wie schon gesagt. Die sind nicht giftig oder irgendwas. Also wie schon gesagt, die kommen ja aus Mexiko und kommen da eigentlich in Nähe von Siedlungen gerne vor, aber auch von Getreidefeldern, weil da natürlich sehr viele, sehr viele Mäuse oder überhaupt Schädlinge unterwegs sind, die sie natürlich dann gerne auch fresst. Muss man also aufpassen, weil die dringen auch in Häuser ein, legen sich da irgendwo in irgendwelche Ritzen. Also in Mexiko aufpassen, dass man nicht aus Versehen so eine Schlange mal einklemmt, zertritt oder sonst irgendwas. Also beim nächsten Mexiko-Urlaub einfach mal die Augen auffallen. Ein Wort noch zur Terrarieneinrichtung. Die Tiere brauchen halt wie gesagt eine Mischung aus Sand, Erde und Lehm als Bodengrund. Gerne auch ein bisschen dicker, dass die Tiere sich mal eingraben können. Viele Versteckmöglichkeiten, das können irgendwelche künstlichen Höhlen sein, das können ineinander geschachtelte Steine sein, das können irgendwelche Pflanzen sein. Hauptsache die kann sich irgendwo verstecken. Ein Wassernapf sollte nicht fehlen, natürlich der so groß ist, dass das Tier sich auch mal da reinlegen kann. Die baden auch schon mal ganz gerne. Unter der Sonnenlampe platziert man am besten irgendwie einen Stein oder sonstiges, dass das halt die Temperatur der Lampe nochmal aufnimmt und die Tiere dadurch besser Wärme aufnehmen können, besser Sonne tanken können. Ansonsten sollten einige Klettermöglichkeiten nicht fehlen. Ist zwar eher eine bodenlebende Schlange, aber wenn es ein bisschen was zu klettern gibt, nimmt die das auch gerne an. Also ein bisschen mit Ästen arbeiten oder sowas, dass das also etwas abwechslungsreicher gestaltet ist. Die Lampen sollte man natürlich schützen. Immer mit einem Schutzkorb arbeiten, dass also die Tiere sich nicht irgendwie da wegen der Restwärme nochmal drum schlingen, sich dann extrem verbrennen können. Da muss man auf jeden Fall drauf achten. Das ist eine große Gefahr in so einem Terrarium. Zum Füttern hole ich die am besten raus, packe die irgendwo in eine separate Dose, packe dann das entsprechende Futtertier dazu, dass sie dann in Ruhe fressen kann. Das mindert nochmal das Angriffspotenzial, damit die Tiere halt nicht denken, das Becken geht auf, es gibt was zu fressen. Dann kann es schon mal sein, dass sie zuschnappen und so verbinden die das Handeln oder das Anfassen eigentlich irgendwann mit etwas Gutem und werden noch entspannter. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen aufklären über dieses kleine, wunderschöne Tierchen. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche oder Wochenende, je nachdem, wo wir sind. Und vergesst bitte nicht, den Daumen hoch zu klicken, zu abonnieren und dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut!